Als Journalist interessiert mich natürlich auch die Medienlandschaft. In Dichtenstein gibt es eigene Zeitungen oder beziehen Sie die Zeitungen auch aus der Nachbarschaft? Sowohl als auch. Wir haben eigene Zeitungen, aber wir lesen natürlich auch überall die Zeitungen der Schweiz, Österreichs und auch von Deutschland. Also wir sind da wirklich sehr gut eingebettet, denke ich, in der deutschsprachigen Medienlandschaft und nutzen das auch. Haben Dichtensteinische Medien auch Korrespondenten im Ausland? Nein, das haben wir nicht. Das würde sich nicht auszahlen, oder? Mehr wahrscheinlich.